Wir wollen mal der Frage auf den Grund gehen, was ist Positionierung eigentlich, wann ist es sinnvoll, für wen ist es sinnvoll und welche Vorteile hat man davon eigentlich? Also ich würde erstmal anfangen vielleicht mit dem Thema, was ist Positionierung eigentlich, was meinen wir damit eigentlich? Ja, im Endeffekt meinen wir, dass du dich als Fachfirma, als Handwerksbetrieb auf eine Dienstleistung, ein Produkt, einen Bereich positionierst. Also genau das Gegenteil von dem, wir machen alles, von dem Bauchladen quasi, ist ein positionierendes Unternehmen und es hat halt verschiedene Vorteile. Letzten Endes fangen wir vielleicht erstmal mit einem großen Einwand an, den ganz viele bringen. Ich möchte ja mehrere Standbeine haben und hier sollte einfach klar sein, mit mehreren Standbeinen ist man zwar gefühlt sicherer, hat aber einen dauerhaften Nachteil einfach. Da kommen wir jetzt auch gleich zu, was nämlich der Vorteil von Positionierung ist, nämlich ich kann höhere Preise abrufen einfach. Aber viele sagen ja, ich bin auf mehreren Standbeinen aufgestellt und das, aber wir hatten mal ein Beispiel, da erinnere ich mich noch dran, das war auf einem Event. Da hatte ich nichts mit Handwerk zu tun, aber das war hilarious. Da hat sich jemand, hat mit uns gesprochen und meinte so, ja, also ich bin ja Moderatorin und ich bin auch extrem breit aufgestellt, weil ich mache neben der Moderation auch noch, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Sachen, die nichts mit Moderation zu tun hast, gar nichts, irgendwelche Kunstsachen oder so. Und daneben mache ich auch noch Führungsworkshops und so. Dachten, ja, das hat mich echt durch die Krise durchgebracht, weil sonst würde es mich jetzt nicht ergeben. Ja, das heißt, sie hat jetzt die letzten 20 Jahre quasi niedriger Preise durchgesetzt, als sie hätte können, hat ihren Kunden nicht so eine gute Leistung gefragt, wie sie hätte können, weil wenn sie positioniert, wäre sie auch besser in den Bereichen, die sie macht. Und rechtfertigt sich jetzt dieses viertelhalbe Jahr, was da wirklich event-technisch schwierig war, dass das sie da gerettet hat. Und also ein ganz schwieriges Thema und vor allem, wenn du gut positioniert bist, findest du auch Lösungen. Das ist ja auch das Ding in einer Problemzeit. Ich kann dir das Ganze mal an einem Beispiel erklären, beziehungsweise eine gute Positionierung musst du dir vorstellen wie so ein positives Schwungrad, weil es hat mehrere Aspekte, die dein Unternehmen dann immer besser machen. Wenn du halt gut positioniert bist, dann wird das dazu führen, dass du bekannt wirst für das Thema. Du bist in der Lage dann auch höhere Preise zu nehmen, weil jeder will mit dir arbeiten. Das ist sozusagen ein Punkt, der kommt eigentlich noch später an dem Schwungrad. Aber was noch an dem Schwungrad mit dabei spielt, ist das Thema, du wirst ja auch immer besser in dem, was du tust. Und dadurch, dass du immer besser wirst in dem, was du tust, empfehlen dich auch Leute immer mehr weiter. Und dadurch, dass sich Leute immer mehr weiter empfehlen und du auch so ein gewisses Ansehen hast für das Thema, bist du eben in der Lage, auch höhere Preise zu nehmen. Und weil du dann höhere Preise nimmst, fühlen sich dann Leute mit einem gewissen Budget auch eher abgeholt und so weiter. Und die kommen dann wieder auf dich zu, für die machst du auch wieder einen extrem geilen Job, weil du das ja schon so lange machst und du jede Probleme, die es da gab, schon im Idealfall ausgemerzt hast. Und dadurch machst du für diese hochpreisigen Kunden oder für diese gute Klientel, machst du dann wieder einen extrem geilen Job. Die empfehlen dir noch bessere Kunden und das geht ja immer so weiter. Und genauso ähnlich musst du dir das auch hier bei uns vorstellen, bei der A&M zum Beispiel. Wir sind ja auch positioniert auf Handwerksbetriebe und Fachfirmen rund ums Haus. Und wir haben ja auch alle Situationen schon gesehen. Wir haben hier tagtäglich mit Geschäftsführern aus dem Handwerk zu tun. Wir machen jeden Tag einen richtig geilen Job, um Mitarbeiter zu finden im Handwerk, um Neukunden zu finden. Wir haben alle Probleme schon gesehen oder nahezu alle, die so aufkommen können. Oder auch wir wissen ja auch, wie wir am besten weiterhelfen können, wenn man jetzt ein gewisses Wachstum anstrebt, wenn man gewisse Mitarbeiter haben will und so weiter. Und dadurch kommt es dann natürlich, dass uns auch unsere Partnerbetriebe immer auch ihren bekannten Partnerbetrieben weiterempfehlen. Und genau das musst du halt für dich auch als Handwerksbetrieb nutzen, dass du halt wirklich bekannt wirst für dein Thema und dann dieses Schwungrad in Gang bringt. Du willst ja im Endeffekt nicht irgendwelche Kunden, du willst ja die Top 10, 20, 30 Prozent des Marktes haben. Und die kaufen halt beim Experten, so ist es einfach. Die sind bereit für die Markise 1.000 Euro mehr zu bezahlen als woanders, einfach weil die Markise hier von dem Unternehmen ist, was nur Markisen macht. Die sind bereit für das Badezimmer 10.000 mehr zu bezahlen, weil es halt vom Badezimmer-Experten kommt. Ja. Und die willst du ja haben, das ist ja das angenehme Klientel, die einfach Schlüssel in die Hand geben, sagen, ich weiß, ich bin der Experte, Herr Mustermann. Und wenn ich hier wiederkomme, weiß ich, das Badezimmer steht oder wiederkommen, wissen wir, das Badezimmer ist top renoviert, da ist alles sauber und da müssen wir uns keine Gedanken machen. Und in dem Moment kannst du einfach mehr Preis durchsetzen, wirst du auch machen, zwangsläufig, weil dadurch deine Dienstleistung noch wertiger wahrgenommen wird. Es gibt da mega, mega interessante Studien zu, dass Produkte, nur weil man genau den gleichen Produkten den Preis verdreifacht hat, sich besser verkauft haben danach. Das heißt, die Leute haben erstmal natürlich eine geilere Dienstleistung, weil du einfach Experte bist in dem Bereich, du hast geilere Kunden und du hast natürlich sogar noch mehr Geld dran verdient. Und die juckt es nicht mal, weil die halt eh sagen, ich habe dafür auch sogar noch ein besseres Gefühl gekauft. Also Positionierung macht auf jeden Fall Sinn und du wirst auch in einer Zeit, wo die Wirtschaft extrem runtergeht, wird ein positioniertes Unternehmen immer Kunden finden. Weil sie sind halt der Experte und die reichsten 10 bis 30 Prozent, die verdienen das Geld nicht, die haben es schon. Und da sprechen wir jetzt gerade mal auch nur, in Anführungsstrichen, nur über die Neukundengewinnung und das Marketing. Aber was das ja auch für einen Einfluss hat, ist auf deine internen Prozesse in der Firma. Ihr habt die gleichen Bestellprozesse, ihr habt dann die gleichen Lieferanten, ihr habt ähnliche Aufmaße, was immer ähnlich abläuft. Und das kannst du halt nur gewährleisten und dadurch hast du einen sehr reibungslosen Ablauf intern und dadurch eben auch eine sehr coole Kundenerfahrung. Und das kannst du eben nur gewährleisten, wenn du halt immer wieder eine ähnliche Sache machst, für die du halt stehst. Wenn du mal hier was machst und mal da was machst, dann kommst du einfach durcheinander. Ja, also zusammengefasst, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, jetzt gerade mal überlegen bist, in welche Richtung gehst du, dann auf jeden Fall jetzt positionieren. Auf jeden Fall jetzt schon das richtig machen. Und wenn du jetzt gerade schon weiter bist und sagst, ja, ich bin schon so breit aufgestellt, gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie du dich zumindest noch nach innen für deine Kunden, die du hast, gut positionieren kannst. Und an der Stelle, wie gesagt, auch gerne bei uns melden, wenn du sagst, du hast da Interesse daran, dass wir mal sprechen, wie man sowas konkret umsetzen kann. Ja, ich wollte es gerade sagen, also wir machen das ja auch tagtäglich, dass wir mit Inhabern von Handwerksbetrieben sprechen und auch einfach empfehlen, welche Art von Positionierung sinnvoll ist. Also, dass wir halt sagen, okay, du kommst zu uns und sagst, ja, ich mache das und das und das und das. Was meint ihr denn, worauf sollte ich mich jetzt spezialisieren oder positionieren? Weil wir haben ja auch einen großen Einblick in die Branche und wissen auch, was aktuell oder was generell gute Positionierungen oder gute Strategien auch sind, um sich zu positionieren. Deswegen nutzt da auf jeden Fall die Möglichkeit. Du findest hier unter dem Video in der Beschreibung, findest du den Link zu unserer Webseite, klick da drauf und ja, dann können wir dir gerne einfach mal weiterhelfen und dir da einen Input geben. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.